meine damen und herren herzlich willkommen zu einem neuen video hier zurück im brawl stars die neue season 4 hat begonnen urlaubstrip und ich habe jetzt sehr lange gespart mir endlich ein brawl premium brawl pass zu kaufen und das werden wir jetzt tun sehr schön und dann gehen wir auf quest hammer derzeit keine praktischen immer mal also ja und wir spielen dafür den neuen page mike aus dem wir spielen auf der map doppelte ärger du schau dann zusammen mit dem tanzberg grüß dich das kotelett gezogen sehr schön sucht die meiner meinung die 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 Das war's für heute. Schau mir zu, bitte. Ganz klasse. ich habe auch ein ding und ja ich werde jetzt ein bisschen anspannen dass ich ein peg opening machen kann für den ganzen brawl pass und dann gibt es könig lu und das wird richtig cool fahren wir haben ich schalte mal mein weg und dafür jetzt die nächste runde spielen wir noch kurz in einem test spiel und zwar auf meiner map maker map die isoliert hat ja sie ist wirklich isoliert und die wollte ich jetzt noch mal kurz zeigen dann machen wir ein es sieht richtig geil aus der stage sehr schön hat uns ich kann bei einer mic einfach nicht spielen und jetzt machen wir noch einmal ein schnelles level mit und dann geht das schon weiter was Was? Ein Bord kommt nicht weiter. Ein Bord kommt nicht weiter. Ein Bord kommt nicht weiter. ich habe ein bot getötet ich habe ich alles geholt dann war es das mit diesen ganzen liegen dann war es das mit kurzen aber jedoch auch interessanten ähm und ich würde sagen das war's mit dem Video hatte es heute noch einen traumhaften Tag haut rein Ciao Ciao